Wir sind keine netten Frauen, wir sind Dreckbettrüger. Halten Sie die Frau fest! Ihr habt sie entwischen lassen. Der Trash-Look hat's gerockt. Die Männer nutzen uns aus. Und dann nutze ich lieber die aus. Da halte ich so unauffällig wie möglich. Blinde Person will durch. Könnt ihr diese Person mal rüberrutschen? Wäre das möglich, Sir?